So ist mal einen schönen guten Morgen. Der Horn geht erstmal ein Luxusfrühstück nehmen. Fünf Sterne Superior Luxury. Und das ist natürlich großfürstlich. Das ist ja ganz richtig. Von der Seite ein entspannter, fantastischer Weg. Allein dieser Doppelträumchen. Dann los mal die Treppen runter am frühen Morgen. Das ist schon wieder ein bisschen kleines, ein wenig Gymnastik. Nennen wir es Gymnastik, königliche Gymnastik. Und ich meine, dann komme ich zur schönsten Frau des Hotels. Traum ich hatte. Extremer Ausdruck. Wenn ich das morgens erlebe, wenn ich hier aufwache, ist der Tag eigentlich schon gerettet. So und jetzt kann mich nur was retten. Ein exzellentes Frühstück. Ein Five Star Luxury Superior Frühstück im fantastischen The Luxury Hotel Vienna.